Was ist Blutkrebs? Das Blut strömt über unsere Gefäße durch alle Organe und versorgt das Gewebe mit Nährstoffen. In den rund 5 Litern Flüssigkeit zirkulieren zudem Milliarden von Blutzellen mit verschiedenen lebenswichtigen Funktionen. Es gibt drei Arten von Blutzellen. Die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten sind im Blut am häufigsten vorhanden. Sie transportieren Sauerstoff zu den Körperzellen. Die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, bekämpfen Krankheiten. Und die Blutplättchen, auch Thrombozyten genannt, helfen dem Körper Blutungen zu stillen. Die Blutzellen werden im Knochenmark gebildet. Dieses befindet sich in den Hohlräumen der Knochen, wie zum Beispiel im Oberschenkelknochen oder im Beckenkamm. Ein wichtiger körpereigener Schutzmechanismus ist der natürliche Zelltod. Blutzellen, die unbrauchbar oder beschädigt sind, leiten den vorprogrammierten Zelltod ein und schützen so den Körper vor Krankheiten. Daher muss der Körper täglich mehrere hundert Milliarden von neuen Blutzellen produzieren. Alle Blutzellen werden durch Stammzellen gebildet. Die Stammzellen sind sogenannte Mutterzellen, die sich in ihrer Funktion noch nicht spezialisiert haben. Sie sind in der Lage, sich selbst zu erneuern und in spezialisierte Zellen zu entwickeln. So können sie die abgestorbenen Zellen im Körper ersetzen. Sie teilen und entwickeln sich im Knochenmark zu Vorläuferzellen. Durch weitere Zellteilungen reifen sie zu verschiedenen Blutzelltypen heran und treten dann in den Blutkreislauf über. Entstehung von Blutkrebs Durch Defekte wird der normale Reifeprozess der Blutzellen unterbrochen. So entstehen unreife, schadhafte Blutzellen, die in den Blutkreislauf gelangen und sich unkontrolliert vermehren. Diese fehlerhaften Zellen werden Krebszellen genannt. Sie können die normalen Zellfunktionen nicht mehr erfüllen und ihr natürlicher Zelltod wird außer Kraft gesetzt. Die Krebszellen überschwemmen den Blutkreislauf und verdrängen die gesunden Zellen. So kann das Blut seine Aufgaben wie Sauerstofftransport oder die Abwehr von Keimen nicht mehr wahrnehmen. Je nachdem, auf welcher Reifungsstufe die bösartigen Veränderungen stattfinden, unterscheiden Mediziner drei Hauptgruppen von Blutkrebs. Die Leukämie, das Multiple Myelom und das Maligne Lymphom. Das Maligne Lymphom wird auch Lymphdrüsenkrebs genannt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Begriff Blutkrebs ein umgangssprachlicher Sammelbegriff für verschiedene bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems ist.